Und ihr beide seht auch richtig fresh aus. Du bist eine Katze? Du bist eine Oma? Ja, genau. Was ist die Geschichte dazu? Was macht ihr gleich auf der Bühne für uns? Ich hab sie. Meine Katze. Peace. Und gleich wird sie weglaufen. Ich hält nichts bei ihr. Ich muss weg. Ich hab's ein paar kräftige Feuerwehrmänner. Und die werden sie hoffentlich retten. Ah!